Weltweit gibt es viele Regionen und Provinzen, aus denen überdurchschnittlich viele Profifußballvereine entspringen. Andalusien in Spanien, Buenos Aires in Argentinien, London in England und Nordrhein-Westfalen in Deutschland sind sehr gute Beispiele. Nicht nur diese, sondern auch der Norden Italiens, insbesondere italienische Provinz Lombardei besitzt eine hohe Dichte an nationalen, wenn nicht sogar internationalen Topclubs. Und genau über diese Provinz geht es in unserem heutigen Gedankenexperiment, was wäre, wenn die Lombardei ein eigenes Land mit einem eigenen Fußballverband wäre. Vor mehreren Wochen habe ich in den Community-Beiträgen eine Umfrage durchgeführt, in der ihr das Thema für das nächste Gedankenexperiment abstimmen durftet. Nach fast 2000 abgegebenen Stimmen hat das deutsche Bundesland Niedersachsen mit 35% das Voting gewonnen. Mehr als das Osmanische Reich mit 26%, Jugoslawien mit 23% und das französische Überseegebiet Martinique mit 16% der Stimme. Keine Angst, ich habe das Voting nicht vergessen. Das nächste Gedankenexperiment wird wie versprochen um das flächenmäßig zweitgrößte deutsche Bundesland, und zwar um Niedersachsen, handeln. Ich finde gerade die Lombardei sehr interessant und da wir schon über zwei deutsche Bundesländer ein Gedankenexperiment gemacht haben und über eine italienische Provinz noch kein einziges, habe ich dieses jetzt vorgezogen. Ich hoffe, ihr habt damit kein Problem. Starten wir wie immer mit den wesentlichsten Fakten über die Lombardei. Die Lombardei ist eine Region Norden Italiens und ist mit etwa 10 Millionen Einwohnern die bevölkerungsmäßig größte im Land. Mit Ursprüngen aus den 1940er Jahren wurde die Region am 16. Mai 1970 offiziell gegründet. Zwar gab es früher auch die Lombardei, aber unter diesen verstarrt man im Mittelalter nicht nur die heutige Region, sondern den gesamten Nordwesten Italiens, insbesondere Piemont, Genua und den Schweizer Kanton Tessin. Von 1815 bis 1866 war die Lombardei als Königreich Lombardei-Venetien Teil des österreichischen Kaiserreiches. 1859 fiel das Gebiet kurz in die Hände der Franzosen, ehe es 1866 an das Königreich Italiens ging. Neben dem Namen Lombardei wird die Region in Deutschland sagen oft als Lampartenland bezeichnet, wie beispielsweise beim Titel Wolf Dietrich. Die Hauptstadt der Lombardei ist Mailand, auch Milano genannt. Mit insgesamt 1,4 Millionen Einwohnern ist es die größte Stadt in der Region und die zweitgrößte im Land. Die Flagge der Region ist grün und in der Mitte ist nicht ein weißer Fidget Spinner zu sehen, sondern der rosa Camuna, ein Käse, der in der Region hergestellt wird und durch seine außergewöhnliche Form international bekannt wurde. Wie in vielen anderen italienischen Regionen gibt es auch in der Lombardei Separatismus. Diese beziehen sich jedoch nicht auf die Region alleine, denn die Lombardei möchte per se kein eigener Staat werden und wünscht sich sonst nur mehr Autonomie. Auch wenn die Strebungen eines unabhängigen lombarnischen Staates sehr, sehr gering sind, gibt es dennoch Menschen, die sich von der italienischen Republik loslösen möchten. Die rechtspopulistische Partei Lega Nord fordert schon seit Ende der 1980er Jahre eine Abspaltung des reichen Norditaliens vom ärmeren Süden. Dieser Staat wurde als Pardanien getauft und besteht aus 14 Regionen, darunter auch die Lombardei. Aktuell steigt die Beliebtheit dieser Partei in der Region immer höher, sodass seit 2018 Attilio Fontana von der Partei Lega Nord amtierender Präsident der lombardischen Region ist. Die bekanntesten Persönlichkeiten, die in den heutigen lombardischen Regionen geboren und gelebt haben, sind folgende. Ettore Bugatti, Gründer der italienischen Automobilherstellers Bugatti, Silvio Berlusconi, ein italienischer Politiker und viermaliger Ministerpräsident, sowie Eigentümer des AC Monza. Leandro Panizzon, Erfinder von Ritalin, was zur Behandlung von ADHS verwendet wird. Und Alberto Ascari, ein italienischer Rennfahrer und zweifacher Weltmeister im Automobilrennsport. Zwar nicht in der Lombardei geboren, aber mehrere Jahre in Mailand gelebt, hatte Leonardo da Vinci, der nicht nur einer der berühmtesten Künstler aller Zeiten ist, sondern auch der vielleicht bekannteste Italiener in der Geschichte vor Marco Polo, Christoph Kolumbus, Benito Mussolini, Bud Spencer, Super Mario und eventuell auch Giulio Cesar. Die am weitesten verbreiteten Sprachen in der Region ist natürlich Italienisch, was auch die Amtssprache des Mutterlandes Italiens ist. Neben Italienisch wird aber auch Lombardisch und Emiliano in der Region gesprochen. Neben der Landeshauptstadt Mailand gibt es viele weitere bekannte Städte und Orte in der lombardischen Region. Diese wären Brescia, Monza, Bergamo, Como, Varese, Mantua und Lecco. Weitere bekannte Orte in der Lombardei wären der Gardasee und Pizzupu, der mit fast 4000 Meter über den Meeresspiegel der höchste Berg der Region ist. Die für dieses Video jetzt unabhängige und selbstständige Lombardei heißt von nun an offiziell Lombardische Republik oder in Kurzform nur Lombardei genannt und wird von der deutlichen Mehrheit der Vereinten Nationen anerkannt. Auch das Lombardische Nationale Olympische Komitee wird direkt Mitglied im IOC und darf bei den nächsten Spielen seine eigenen Athleten stellen. Nach der Gründung des Lombardischen Fußballverbandes mit entsprechender Liga und Nationalmannschaft wird man auch als vollständiges Mitglied der UEFA und des Weltfußballverbandes FIFA aufgenommen. Aufgrund der Abspaltung von der Italienischen Republik ist die Republik Lombardei kein Mitglied mehr in der Europäischen Union und darf deshalb den Euro nicht mal als offizielle Zahlungsmittel benutzen. Auch benötigt man einen eigenen Pass und eventuell auch ein eigenes Militär. Eine Lombardische Marine oder Navy wird es nicht geben, da das Land von der Schweiz und Italien umgeben ist und keine Anbindung ans Meer hat. Italienisch und Lombardisch bleiben weiterhin Amtssprache und man behält Mailand weiterhin als Hauptstadt der Lombardei. Die Lombardische Republik hat eine Fläche von 23.862 Quadratkilometern und wäre in Europa auf Platz 37 und weltweit auf Platz 146. Vergleichbare Länder von der Fläche her wären Nordmazedonien und Schibuti. Die Einwohnerzahl der Lombardei liegt aktuell bei 10,1 Millionen Menschen und wäre nach der Bevölkerungszahl in Europa auf Platz 17 und weltweit auf Platz 92. Von der Einwohnerzahl ähnliche Länder wären Portugal und Papua Neugier näher. Beenden wir jetzt die kleine Faktenrunde und konzentrieren wir uns mal auf die Geschichte des lombardischen Fußballs. Die Region hat aufgrund der Zugehörigkeit zum Fußballverbandes Italien nie mit einer eigenen Fußball-Auswahlmannschaft an offiziellen Fußballturnieren teilgenommen. Die einzige Ausnahme stellt dabei der UEFA-Regionen-Pokal, ein Wettbewerb für regionale Auswahlmannschaften, bestehen aus Amateurfußballern und der Trofeo delle Regioni, ein italienischer Wettbewerb für Amateurfußballmannschaften, die die italienischen Regionen repräsentieren. Diesen Pokal gewann die Lombardei mehrmals 1979, 1980, 2004 und 2016. Am UEFA-Regionen-Pokal nahm die Lombardei nur einmal teil und zwar 2017, wo man als fünfbeste Mannschaft eine sehr gute Leistung hinlegte. Hauptsächlich bekannt ist der lombardische Fußball durch seine Erfolge im Vereinswettbewerben. Seit Gründung der höchsten italienischen Spielklasse im Männerfußball 1898 wurden zwei verschiedene lombardische Vereine italienischer Meister. 19 Mal Inter Mailand und 19 Mal AC Mailand. Die Dominanz der beiden Mailander-Team sieht man auch in der Coppa Italia. Seit der Entstehung des italienischen Fußballpokals 1922 holten Inter Mailand acht Mal und AC Mailand fünf Mal den Pokal. Aber auch Atalanta Bergamo, ein Nicht-Mailänder-Verein, konnte die Trophäe einmal gewinnen. Einmal an der Serie A, also an der höchsten italienischen Spielklasse einmal teilgenommen, haben insgesamt elf Vereine aus der Lombardei, von denen heute noch fünf in der Serie A spielen. Im Frauenfußball wurden insgesamt drei verschiedene lombardische Klubs einmal italienischer Meister. Viermal AC Mailand, zweimal Brescia CF und einmal Milan 82 Salvarani. Die Coppa Italia der Frauen gewannen vier Vereine aus der Region, wo Brescia CF und AC Mailand mit drei die meisten hat. International nahm folgende Teams teil. Während Atalanta Bergamo insgesamt neun Spielzeiten am europäischen Geschäft teilgenommen hat, sind es bei den Mailander-Clubs AC 49 und Inter 59 Spielzeiten international. Auch an der Anzahl der international gewonnenen Trophäen sieht man die deutliche Dominanz der Mailander. Den Europapokal der Pokalsieger gewann zweimal AC und einmal Inter. Die UEFA Europa League bzw. den UEFA Cup gewann dreimal Inter. Und auch der höchste europäische Wettbewerb, die UEFA Champions League, wurde schon mal von den Mailander-Clubs dominiert. In der Lombardei geborene Ballon-Dor-Sieger oder Weltfußballer gibt es nicht. Aber dafür waren lombardische Fußballspieler woanders erfolgreich. Walter Zenga wurde von der IFFHS dreimal zum Welttorhüter des Jahres gekürt und die UEFA Paolo Maldini zum besten Verteidiger 2006-07. Auch der Gulden-Boy-Gewinner aus 2010, Mario Balutelli, ist in der Lombardei geboren. Weitere bekannte Fußball-Legenden aus der Region wären Andrea Pirlo, Giovanni Trapattoni, Franco Baresi, Gianluca Zambrotta und Alessandro Costa-Curta. Kommen wir aber von der Vergangenheit ins Jetzt. Wir stellen uns die wichtige Frage, wie gut wäre eine lombardische Liga und wie sähe sie aus? Nach Marktwert ausgewählt kommen von insgesamt 12 Startplätzen 5 Vereine aus der Serie A, 2 aus der Serie B und 5 aus der Serie C in der höchsten lombardischen Spielklasse der Männer. Da die Plätze in der Liga begrenzt sind, müssen Vereine wie Pro Sesto 1913, Virtus Cicerano Bergamo, FC San Giuliano City und US Pergolette 1932 in der 2. Liga starten. Bevor wir uns weiter intensiver mit der nationalen Liga der Männer beschäftigen, kümmern wir uns erst um die der Frauen. Die lombardische Frauenliga besteht aus insgesamt 8 teilnehmenden Teams, wovon AC Milan, Inter Milano und FC Cuomo Women aktuelle Erstligisten sind. Ein weiterer Verein spielt in der Serie B und der Rest hält sich eher unterklassig auf. Die lombardische Frauenliga hat einen Gesamtmarktwert von 2,8 Millionen Euro und liegt im Vergleich zu den anderen Ligen auf Platz 8. Kommen wir aber wieder zurück zum Männerfußball und wir schauen und analysieren die Liga mal genauer. Die lombardische Liga ist an der Spitze sehr gut besetzt. Mit den AC Milan, Inter Milan und Atalanta Bergamo hat man drei nationale Topklubs, die auch eine internationale Klasse haben. In der Liga gibt es auch mit AC Monza und US Cremonese zwei gute und okaye Erstligisten, aber auch Brescia Calcio sieht man des Öfteren in der höchsten italienischen Spielklasse. Nach Marktwert her wird der Meisterschaftskampf in der Lombardei zwischen den Mailander Klubs AC und Inter Mailand regelmäßig untereinander ausgemacht werden, wobei auch Atalanta Bergamo die beiden Hauptstädter Klubs ärgern könnte. Die letzten Plätze für das internationale Geschäft wird sich sehr wahrscheinlich die AC Monza holen. Diese drei Vereine werden sich im Mittelfeld der Liga etablieren und der Rest wird sich zwischen unteres Mittelfeld bis hin zum Abstiegskampf einpendeln. Meine Favoriten für einen eventuellen Aufstieg sind Pro Sesto 1913, FC San Giuliano City und Aurora Pro Patria. Rechnen wir die Marktwerte zusammen, erhalten wir einen Gesamtmarktwert von insgesamt 1,68 Milliarden Euro. Geteilt durch die Anzahl der teilnehmenden Teams haben wir einen durchschnittlichen Marktwert von 140,6 Millionen Euro und wäre mit diesen im Vergleich zu den anderen nationalen Ligen die sechs wertvollste Liga Europas. Würde es die lombardische erste Liga der Männer schon seit 1980 geben, dann wären basierend auf die Bestplatzierung in der Serie A folgende Mannschaften in den letzten 42 Jahren lombardischer Fußballmeister geworden. Dominiert würde die Liga vor den Mailander Klubs AC Mailand, Inter Mailand, die zusammen insgesamt 40 Mal die lombardische Meisterschaft gewannen. Die einzige Ausnahme besteht dabei auf die Saison 2018-19, die Atalanta Bergamo für sich entscheiden konnte. Ansonsten sieht die Siegerliste so aus, als wäre diese aus Schottland. Kommen wir aber jetzt zur Serie A. Da ja die lombardischen Vereine in meinem Gedankenexperiment nie in Italien gespürt haben, wurden diese auch nie italienischer Fußballmeister. Aus diesem Grund werden die von AC und Inter Mailand gewonnenen Meisterschaften der letzten vier Jahrzehnte nochmal neu verteilt. Profitierend von einer Nicht-Existenz der Mailander Teams in Italien würde Juventus Turin, SSC Neapel, AS Rom, Lazio Rom und AC Parma, die häufiger den Scudetto gewonnen hätten. Kommen wir jetzt von der nationalen Liga der Lombardei zu dessen Fußballnationalmannschaft. Sagen wir, wir dürfen zum nächsten Länderspiel einen 23-Mann-Kader nominieren und ausgewählt werden nur Spieler, die in der Region geboren sind. Eventuelle Nationaltrainer aus der Lombardei, die man nehmen könnte, wären Paolo Vannoli, Marco Saffaroni und Andrea Pirlo. Die hier in der Aufstellung verwendete Formation ist ein 4-3-3. Im Kasten der Lombarden ist Michele Di Gregorio von AC Monza. In der Innenverteidigung haben wir einmal Alessandro Bastoni von Inter und Giorgio Scalvini von Atalanta Bergamo. Rechtsverteidiger ist Davide Calabria von Milan und links Federico Di Marco von Inter. Im Mittelfeld haben wir Sandro Tonali von Milan und daneben Manuel Lucatelli von Juventus Turin. Über den beiden etwas offensiver haben wir Roberto Gagliardini von Inter. Auf dem Flügel haben wir links Lorenzo Colombo von US Lecce und auf der anderen Seite Roberto Piccoli von Empoli. Zu guter Letzt, vorne im Sturm, haben wir Andrea Belotti von der Roma. Auf der Bank gibt es noch weitere Spieler. Stefano Turati und Stefano Gori als Ersatz sollte Di Gregorio am Tor ausfallen. Weitere Alternativen wären Matteo Gabia, Andrea Schistana, Francesco Ascherbi, Raul Bellanova, Andrea Colpani, Filippo Melegoni, Ceandur, Matteo Pessina, Kevin Lasagna und Rocco Simic. Da die Plätze im Kader begrenzt sind, müssen Spieler wie Stefano Okaka, Matteo Damian, Mattia De Scilio, Gabriele Sapa und der Sohn von Paolo Maldini, Daniel Maldini, zu Hause bleiben. Die Nationalmannschaft der Lombardei hat einen Gesamtmarktwert von insgesamt 289,5 Millionen Euro. Der durchschnittliche Marktwert liegt bei etwa 12,5 Millionen Euro und wäre im weltweiten Vergleich auf Platz 15 und im europäischen auf Platz 12. Kommen wir jetzt zur letzten Frage. Könnte die Lombardei alleine eine Welt- oder Europameisterschaft organisieren und auch ausrichten? Bei dieser Frage schließe ich eine Ausrichtung einer Fußball-Weltmeisterschaft aus, da diese ab 2026 nicht nur mit 32, sondern mit 46 teilnehmenden Teams ans Start gehen wird. Dadurch steigen natürlich die Anforderungen und die Anzahl der Stadien, was selbst für große Fußballnationen alleine nicht machbar ist. Aus diesem Grund wird eine mögliche Ausrichtung, nicht Ausrichtung einer Fußball-Weltmeisterschaft nicht negativ in die Bewertung einfließen. Was jedoch hauptsächlich in die Endbewertung einfließt, ist, ob die Lombardei die Ressourcen und die Infrastruktur hat, um eine Fußball-Europameisterschaft ausrichten zu können. Auf diese Frage gibt es ein klares Nein. Die Lombardei hat zwar mit den Sancero ein großes Fußballstadion mit insgesamt 80.000 Plätzen, aber dieses wird jedoch bald abgerissen und durch ein kleineres, moderneres Stadion ersetzt. Das neue Stadion von Inter und AC Milan wird zwar mit einer Kapazität von 65.000 Plätzen keine kleine Arena sein, aber bis auf dieses gibt es kein weiteres Stadion in der Lombardei mit so einer ähnlich hohen Kapazität. Das zweitgrößte Stadion ist das Gewiss-Stadium von Atalanta Bergamo mit insgesamt 21.000 Plätzen, was so klein ist für eine Ausrichtung für eine Fußball-Europameisterschaft. Auch die anderen Stadien sind deutlich zu klein. Sonst muss man sich über das Interesse und die Fankultur in der Region keine Sorgen machen, denn Fußball ist mit Abstand die beliebteste Sportart der Lombardei. Jetzt geht es zu meiner Einschätzung und Bewertung über den lombardischen Fußball. Die Nationale Liga. Die lombardische Erste Liga ist eine von den Namen her echt ordentliche Liga. Man hat mehrere gute Klubs und einige sogar auf europäisches Niveau. Zwar gibt es mit Inter und AC einen spannenden Meisterschaftskampf, aber dieser könnte auf Dauer langweilig werden, wenn dieser nur innerhalb deren Reihen bleibt. Deshalb wäre ich mega auf die Rolle von Atalanta Bergamo gespannt und ob sie sich mit den Mailänder Teams messen können. Ich gebe der Liga in der Kategorie Nationale Liga eine 8 von 10 möglichen Punkten. Internationales Geschäft. International hat die Lombardei, wie gesagt, zwei, drei echte Topklubs auf internationales europäisches Niveau. Diese wären die beiden Mailänder Klubs, die in der Champions League es weit bringen könnten und Bergamo, die in der Königsklasse für Überraschungen sorgen kann oder in der Europa League sehe ich sie sehr weit. Für die restlichen Teams in der Liga sehe ich international auch gute Karten. Ich könnte mir vorstellen, dass die AC Monsa in UEFA Conference League einiges erreichen könnte. Für US Cremona, FC Como oder Brescia Calcio sehe ich eher geringe Chancen. Ich gebe der Lombardei in der Kategorie International 8,5 von 10 möglichen Punkten. Die Fußball-Nationalmannschaft der Lombardei sieht auch gar nicht mal so schlecht aus. Mehrere gute Spieler bei großen Klubs, die Positionen sind auch ordentlich besetzt und sollte mal ein Spieler ausfallen, gibt es auf der Bank auch relativ vernünftige Spieler. Die Lombardische Nationalmannschaft ist zwar kein Favorit auf einer Fußball-Europa- oder Weltmeisterschaft, aber eine Qualifikation und das Überstehen der Kuppenphase sehe ich bei dieser schon drin. In der UEFA Nations League tendiere ich zwischen Liga 1 und Liga 2 eher Liga 2. In der Kategorie Fußball-Nationalmannschaft gebe ich die Lombardei 7 von 10 möglichen Punkten. Die Infrastruktur und das Ausrichten von Turnieren. Da ich dazu schon genügend gesagt habe, kurze Zusammenfassung. Die Lombardei besitzt mit dem San Siro und dem neuen Stadion ein turnierfähiges Stadion, aber das ist das einzige, der Rest ist deutlich zu klein, weshalb eine WM- oder EM-Ausrichtung nicht möglich ist. Sonst besitzt die Lombardei eine großartige Fankultur und viele Fans. Ich gebe der Lombardischen Republik in der Kategorie Infrastruktur und das Ausrichten von Turnieren 2 von 10 möglichen Punkten. Das macht eine Gesamtbewertung von insgesamt 25,5 von 40 möglichen Punkten. In meinem Gedankenexperimental Ranking läge die Lombardei auf Platz 4 hinter der UDSSR und knapp vor dem Freistaat Bayern. Jetzt seid ihr gefragt, wie stark würdet ihr den Lombardischen Fußball einschätzen? Stimmt ihr meine Einschätzung zu? Schreibt eure Meinung gerne in die Kommentare. Wenn ihr schon dabei seid, dann macht mal Vorschläge für das nächste Gedankenexperiment in die Kommentare. Mit Glück kommt dieser im übernächsten Was-wäre-wenn dran. Ich sage übernächsten, weil wie versprochen das nächste Gedankenexperiment über das Bundesland Niedersachsen handelt. Hier noch meine Ansage an euch. Jedes Mal unter jedem Video wünscht ihr euch, dass ich mein Was-wäre-wenn osmanische Reichen machen soll. Dann gebe ich euch die Möglichkeit für genau dieses Thema abzustimmen und keiner macht es. Neben der Niederlage von Mecklenburg-Vorpommern in der allerersten Umfrage die zweite Enttäuschung. Kappa. Wenn ihr wissen wollt, ob es Soccer oder Football heißt oder wie der Fußball im zweitkleinsten Staat der Welt aussieht, dann klickt hier in der Endcard. Wenn ihr kein Interesse daran habt, dann findet ihr hier die Playlist zu den anderen Gedankenexperimenten. Folgt mir auf Instagram und auf TikTok. Und wir sehen uns das nächste Mal wieder. Bis zum nächsten Mal und ciao.